Mist 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 Willkommen der muss ich davon mal durch Ja Scheiße Ertrage es Tiefen taue ich mich hier mehr durch weil der hat Ja Feuerkraft What the hell Alter dieses Spiel Ey macht mich bescheuert warum ist hier ne Tür hinterm Kamin Achtach Ethan Erzähl kein Mist mehr mir Ich will antworten Ich weiß Du hast recht und ich wollte es dir ja sagen Aber ich kann mich nur an wen ich erinnern und der Rest ist einfach weg Lukas Ist mir eigentlich scheißegal Steh da nicht nur so rum Tu etwas Das wäre der perfekte Einsatzzweck für diesen Flammenwerfer gewesen Scheiße Nein Nicht genug Platz für diese blöde Münze Äh Kräuter bin ich auch voll Leute Ich hab doch bestimmt ein bisschen Damage genommen oder Aber wir können doch den Brenner neu laden Ach egal Ach egal Denk ich bestimmt sowieso nicht mehr dran. Ah, jetzt kann ich mir die noch nicht mehr zahlen. Naja, witzig. Tolle Spiele bis dato. Nix zu meckern. Können wir uns gleich hier wie die Magnum holen, da da noch war. Gutes echte Ding, hab ich gar nicht sonst zu meckern. Ich hatte doch sehr, sehr realistisch gesprochen. Spinnen kann ich gar nicht ausstehen. Ich hab keinen Platz mehr. Äh, ja. Flüssige Chemikalie. Warte mal, ist das hier jetzt weg? Eigentlich ist das hier jetzt weg. Ich weiß es gar nicht. Spieler, Spieler, grad zum ersten Mal. Ah, boohu. Ah, plötzlich geht's. Ja. Evie ist dumm, gehen die nach oben. Warte mal, von hier aus komme ich doch ganz easy zu diesem Storage Point, ne? Oh, lass das doch einfach. Wo war der Storage Point? Ja, hier vorne war der Storage Point. Ah, dann geh ich doch mal ganz kurz zurück. Hol den Scheiß. Und dann kann ich wieder hierher... Äh, ja. Rüber. Rüber. Brauch ich sofort, sowieso. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Neobarfen, Skorpion, Kieber auch. Oder brauche ich auch einen Schlagschlüssel hier. Ich glaube, den brauche ich hier gar nicht. Da gucke ich zwar gleich richtig dumm aus. Das ist schon wahrscheinlich, wenn ich es hinterher brauche. Äh, ja. Für diese Waffen haben wir sowieso noch keine Upgrades. Ich wollte die andere weglegen. Ich muss mal noch speichern. Immer speichern. Leute, immer speichern. Immer speichern. Ist besser, wenn man speichert. Da gibt es gar keine Probleme. Ich finde es schon lustig. Ich streamen ungefähr seit, äh, drei Stunden. Aufnahmezeit ist zwei Stunden elf. Und ich habe still noch Energie. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Das ist schon gut genug. Ja. Fett toll. Boah, never würde ich noch machen. Never. Mist, 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 Mist. Er kann, und er muss sich davon mal durch. Ja, scheiße. Er trage es. Am tiefsten traue ich mich hier mehr durch, weil der hat, ja, Feuerkraft. Aha. So, ja. Hast du schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen? Nee, hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst wenn, wenn, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendwelchen Selbstmedizin zu sprechen. Ich kann nicht mehr lesen. Und, und planst du mein Altar? Und was planst du mir, mein Altar anzustellen? Du lässt mal deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du deinem Vater und ich sind dunkel, du armseliges, verwirrtes Kind? Ich wünschte, du wärst nie geboren. Unausstehlich, armselig. Aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben, armselig, armselig. Ja, interessant. Geht das noch weiter? Flüssige Chemikalie. Das schreit noch direkt mehr nach mehr Brennerkraftstoff. Ich sag's dir. Audio-Design für mich war gut. Ich lass' das sagen, wieso? Warum ist ja echt gerade diese dramatische Musik? Die ist doch gar nichts. Toller Rasenmäher, by the way. Hey, Bro. Nicht, dass hier noch irgendwas versteckt haben, was ich nicht finde. Das will ich nicht. Ich möchte nichts übersehen. Armselig. Kurbeln ist schön. Kurbeln macht Spaß. Schön, jetzt haben wir wieder einen Shortcut. Jetzt können wir mal gucken. Wo war das denn jetzt? Ähm. Ne, hier war der geheime Santa Claus Tunnel. Äh, wo war das mit der, mit der, mit der anderen Bridge? Läuft jetzt nicht einfach hier so rum. Ich fühl mich einfach nicht so recht in diesem komischen Dreckshaus. Aber irgendwo draußen sollte da noch was sein mit Kurbeln. Ne, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite des Hauses. Aber wenn du nach hier gehst, irgendwo. Ach so. Ach so. Boah, lass mich doch in Ruhe. Ja, meine Kleine. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, Kamera, lass mich neben dem Stich. Ach, die Kamera lässt mich neben dem Stich. Akku leer. Akku leer, du kannst nichts machen. So, jetzt sind wir wieder da. Können wir dazu. Hier war das mit der Kurbel. Könnt's einfach mit dem Messer machen, aber ist ein bisschen einfacher. Aha. Verdammt. Das ist ein, die macht sich da gerade selber so eine Comedy-Show. Ihr denkt, die hat mich gefunden. Und dann zum Preis. Ethan Winters läuft hier noch rum. Besser als hier so vor. Ich gebe einfach einen Scheiß. Warum habe ich eigentlich ein Psychotikum dabei? Oh. Ukrainschlüssel. Oh, 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 oh. Ähm. Tür zu. Also, was können wir kombinieren? Wir brauchen Platz für eine antike Münze. Wir haben kein Schießpulver, ne? Wir haben kein Schießpulver. Oder? Äh. Psychotikum könnte ich mir mal einwerfen, theoretisch. Ja. Ja, warte, die Frise. Da wird da draußen. Ich suche hier gerade zu arbeiten. Die macht sich da irgendwie eine eigene Comedy-Show. Ich weiß auch nicht, was sie hier gerade vorhat. Wäre so okay, was sie machen soll hier gerade. Moin, moin. Kommt ihr durch? Ja. Ich weiß nicht, was sie machen soll. 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 Ich hab kein Zeug mehr, ich hab immer noch keinen Platz mehr. Oh Mann! Der war sehr stabil, das ist ganz, ganz toll. Ist auf Qualität. Kannst du es mal bitte dem anderen Baker ausrichten? Danke. Das Psychiotikum hat sich nicht sehr gelohnt. Ach, halt die Fresse. Sei gedegnet. Das hast du davon, Spina, den Orden zu schrecklich ansehen. Du wirst in diesem Loch sterben und es wird dir gefallen. Hm, also das kriegt mir jetzt hier nicht so gerade so schwer. Das habe ich schon gerade gesagt. Ja, geh mir doch einfach eine scheiß Lampe. Warum soll ich überhaupt diese Lampe wollen? Was ist mit dieser scheiß Lampe? Deine Lampe. Das hat sich doch in dieser Folge ein bisschen flüssig da unten. Das ist ja ganz, ganz toll. Ja, 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 ja. Was mit? Dreh den Schlüssel. Und wir haben schon wieder ein Telefon. Glaubst du, gleich wer jetzt gleich anruft? Aha. Target acquired. Betreffendes Serium, Sektum, Objekt, Schlage, Serum, Synthetisieren. Ich glaube, das ist es. Ach. Scheiße. Ach, wie praktisch das du anrufst? Ich hab fast wie mit Windy in Thiefsteam, der Hitler. Und? Hast du ein Serum gefunden? So was in der Art. So was in der Art. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Lege auf. Auflegen. So ein Wohnwagen. Als ob du da sein willst. Das ist ein bisschen realistischer Ding. Die Schotty ist übrigens leer. Was ist das hier für ein Scheiß? Ah, Pistolen, Munition. Das habe ich gebraucht. 11. Oktober. Habe den Tag. Ohne Sausen. Kann nicht mehr schlafen. Seit das Kind aufgetaucht ist. So er hat. Hat so recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Mit der Frau, die das mitgemacht hat. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Ich bin zum Arzt. In der Stadt gegangen. Hat mich gering. Was passiert mit mir? 13. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Aber das geschehen im geheimen Raum hinter. Im hin. Im. Im geheimen Raum. Im. 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 abend ist ein zeichen des vertrauens ja das freut mich durchaus sehr frau baker ich habe trotzdem kein bock mehr ich dachte dass das echter spielt eben wer klavier aber ne so realistisch ist das game dann wohl doch nicht mehr dass ich jetzt brauche ich doch diese scheiß lampe oh ich will es mich auf dem arschen alter antike münze antike münze am arsch immer diese scheiß antiken münze nicht kotze haben wir schon eine ruze item management am arsch wir haben viel zu viel können wir das ja verlassen vielleicht wir machen den kampf noch was zum teufel ich hoffe das weiß nicht die gute muni das ist neu dass du irgendwie recht liefen hast du ihm vielleicht echt leicht ein bisschen vielleicht irgendwie recht liefen bisschen vielleicht kann sein dass du da recht hast eben was ist das hier überhaupt so ein komisches haus alter da ist hinter dem wohnwagen ich verstehe ich verstehe irgendwie auch nicht das heißt wir können zum wohnwagen zwischenspeichern ist mir jetzt eigentlich hier sehr sehr witzig ich hänge man da an der decke rüber damit auch keine kurbel brauche ich höchstwahrscheinlich noch mal krähen schlüssel ich glaube den ball sich erstmal noch ja ich wittere eh wie auch so ein bossfeind ein bisschen jetzt fühle ich mich bereit wiesen ausweich wenn das ist in dem wohnwagen ist lache ich mich kaputt ich hoffe es ist in dem wohnwagen ich lasse es einfach demnächst ich lasse es einfach aber magnum muni kriegt man im game glaube ich recht selten ich spare gar nicht auf die auf die magnum weil die magnum macht so wenig sinn finde ich wieso kriegen wir eigentlich gar keine schlüssel muni mehr was ist das überhaupt für ein riesiges haus schon wieder das ist das ist mein inventario da voll ne ja jetzt schon mal einwerfen das ist der einzige weg mal nach oben oder ja ne kann man irgendwas machen nee tatsächlich kann man nichts machen wir haben jetzt aber ein bisschen mehr flinten munition das finde ich ja schon mal ziemlich gut das hat sich aber gar nicht gelohnt das ist eine scheiße bossfight oder so solange es bis vierte kommt noch wirkt sollte ich hier alles sagen dass es hier nur einen zu sagen gibt jetzt habe ich auch schon wieder das inventar voll das ist ja geradezu reizend fressbahnstoff oder kraut 1 1 1 1 Wo ist das doch? Eieieiei, sorry. Rapsim, rapsim. Ja, scheiße. Ich hoffe, die sehe ich nie wieder. Da ist noch richtig viel Loot. Was haben wir mit dem Psychotikum gesehen? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich muss schon sagen, du hast mir noch gar kein Entscheidungen gemacht in diesem Kampf. In diesem äußerst fairen Kampf möchte ich mal hinzufügen. Oh, das hätte ich jetzt aber gerne gemacht, dass das überhaupt passieren können. Ich mag dieses Kampffeld, mag ich eher. Oh mein Gott, das ist Chemikalien. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. brennt noch das ist ein witz alter das ist ein absoluter witz dieser kampf wie weit bist du schon ich bin gerade bei dem kampf gegen margarete ungefähr der spinnen simulator phobie zeug keine ahnung wie sowas es ist sehr witzig gerade ich sehe dann immer alter war da drauf es ist okay mit firewipes ungefähr so ist da eine springspille ist nicht raus aus meinem haus oh alter was macht ihr denn immer das kommt mir an auch einfach tot okay die war jetzt ja da da hatten wir aber bisher noch nicht so viele probleme mit der kann sich aber durchaus nur ändern ich traue so spiele einiges zu müssen glaube ich den brenner mal nachladen alles so gut geklappt wie es mir vorher wollte ich kurz den restlichen loot mitnehmen brenner kraftstoff kann ich hier was wegwerfen rheinach den rest und alles ja egal dann lassen wir mal den brennstoff hier ist relativ selten glaube ich aber egal hier geht es glaube ich weiter ich habe keinen platz mehr aber ich möchte noch ganz kurz looten wir sind ja sowieso hier direkt nah am ort des geschehenes wie viele heilung habe ich jetzt verbraucht ich weiß nicht ob wir die gerade noch brauchen ich glaube die eine eine chemikalie lasse ich mir mal draußen was brauchst du eigentlich für eine normale chemikalie ok 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 dann nehmen wir eine normale chemikalie wieder mit gehen wir nochmal kurz nach rein und looten den rest und dann weiß ich auch nicht was wir dann machen dann können wir irgendwie weitermachen oder sowas das war glaube ich dieser schrank hier oben das ist mein schriff und hier unten war noch einiges was sag ich doch nicht Platz gibt es gar nicht so ein kraut ist jetzt auch nicht so schlimm wenn man es jetzt weglässt ja egal egal주 kein wellbeing kein dobrze kein nichts Bis zum nächsten Mal.